Golden Dynasty – Stärker als Begehren Von Jennifer Armentrout Es liest Nina Schöne Rosy Herpin kniete auf dem Boden, atmete tief ein, um sich zu beruhigen und ignorierte den scharfen Kies, der sich in ihrer Haut grub. Sie beugte sich vor und legte die Hand flach auf den warmen, von der Sonne ausgebleichten Stein. Knien war in einem Wickelkleid alles andere als bequem, aber heute würde sie weder eine Jeans noch eine Leggings tragen. Sie schloss die Augen, ließ ihre Finger nach rechts unten wandern und zog die flachen Vertiefungen nach, die sorgfältig in den verwitterten Stein gemeißelt waren. Sie musste sie nicht sehen, sondern wusste auch so, dass sie den Namen erreicht hatte. Seinen Namen. Ian Samuel Herpin. Und sie brauchte die Augen nicht zu öffnen, damit sie die eine Zeile lesen konnte, die in den Stein eingraviert war, denn sie hatte sich in ihr Hirn eingebrannt. Möge ihm der Tod den Frieden schenken, den er im Leben nicht finden konnte. Zehn Jahre war es her, seit ihre Pläne für eine gemeinsame Zukunft, College-Abschlüsse, ein Haus mit einem schönen Garten, Kinder und vielleicht, wenn Gott es so wollte, sogar Enkelkinder, die sie später im Ruhestand verwöhnen könnten, durch eine Schusswaffe zerstört worden waren, von der Rosie keinen Schimmer hatte, dass ihr Mann sie besaß. Seit zehn Jahren ließ sie wieder und wieder ihre gemeinsame Zeit vor ihrem inneren Auge ablaufen und suchte nach Anzeichen dafür, dass alles, was sie gewesen waren und alles, was sie noch werden sollten, nur Fassade gewesen war, weil sie zwei unterschiedliche Leben geführt hatten. Seine Depression war ein lautloser Killer gewesen. Niemand hatte es kommen sehen, weder seine Familie noch seine Freunde. Nicht einmal Rosie. Erst viele, viele Jahre später und nach jeder Menge tiefem In-sich-Gehen gelangte Rosie zu dem Schluss, dass ihr gemeinsames Leben keine totale Lüge gewesen war. Ian hatte sie geliebt. Sie wusste, dass das die Wahrheit war. Er hatte sie mit aller Kraft geliebt, die er besaß. Sie war 23 und stand kurz vor ihrem Abschluss und sie waren gerade auf der Suche nach ihrem ersten eigenen Haus, als die Polizei Rosie in der Konditorei ihrer Eltern anrief und sie bat, nicht nach Hause zu gehen. Viele Jahre konnte sie nicht begreifen, was er getan hatte. Erst nachdem sie sich an der University of Alabama für Psychologie eingeschrieben hatte, konnte sie akzeptieren, dass Warnzeichen da gewesen waren. Anzeichen, die die meisten Menschen nie bemerkt hätten. Das Studium und ihre eigene Erfahrung hatten sie gelehrt, dass Depressionen ganz anders aussahen, als die Leute glaubten. Als sie gedacht hatte. Ian hatte gelächelt und gelebt. Doch all das hatte er für Rosie getan. Für seine Familie und seine Freunde. Und damit hatte er einfach weitergemacht, bis er nicht mehr konnte. Rosie glaubte nicht daran, dass man einfach über den Verlust eines Menschen, den man wirklich geliebt hatte, hinwegkam. Allerdings glaubte sie daran, dass man akzeptieren konnte, dass er nicht mehr da war und es dennoch schaffte, weiterzumachen und das Leben zu genießen. Auf nichts war sie stolzer als darauf, dass sie genau das tat. Aus ihrer Faszination für alles Paranormale, einem Interesse, das sie mit Ian geteilt hatte, hatte sie sich einen regelrechten Nebenjob aufgebaut, bei dem sie einige der besten Menschen auf der Welt getroffen hatte. Rosie datete auch Männer. Oft. Erst Anfang der Woche hatte sie sich mit einem Typen getroffen, den sie bei der Arbeit in der Konditorei ihrer Eltern kennengelernt hatte. Und sie bremste sich nie. Niemals. Dazu war das Leben zu verdammt kurz. Das hatte sie auf die harte Tour gelernt. Aber heute, am zehnten Jahrestag von Ians Tod, fiel es ihr schwer, das Gefühl loszuwerden, dass es erst gestern passiert war. Fast unmöglich, keine erstickende Trauer zu empfinden. Sie griff sich in den Nacken und zupfte an der Goldkette, die sie immer trug. Sie zog sie aus dem Ausschnitt ihres Kleids und umfasste den goldenen Ring, den Ehering ihres Mannes. Sie hob ihn an die Lippen und küßte das warme Metall. Eines Tages würde sie diesen Ring an einem sicheren Ort aufbewahren, da war sie sich sicher. Doch dieser Tag war noch nicht gekommen. Sie öffnete die Augen, blinzelte die Tränen weg und sah auf den frischen Blumenstrauß hinunter, der auf dem Boden lag. Pfingstrosen. Ihre Lieblingsblumen, denn Ian hatte keine spezielle Blume bevorzugt. Rosie musste sich auf den Weg machen. Sie hatte ihrer Freundin Niki versprochen, ihr heute beim Umzug zu helfen. Ein leiser, kurzer Fluch und sie hob den Kopf. Auf einem Friedhof hörte sie nicht oft Flüche. Sie lehnte sich zurück, schaute nach links und erblickte die Quelle des verbalen Ausbruchs. Ein Mann kniete mit dem Rücken zu ihr und hob gerade Blumen auf, die ihm in eine nach dem letzten Regen zurückgebliebene Pfütze gefallen waren. Sogar von hier aus konnte sie erkennen, dass der empfindliche Strauß ruiniert war. Sie legte eine Hand über die Augen, blinzelte in die Sonne und beobachtete, wie der Mann aufstand. Zu einer dunklen Hose trug er ein auf Figur geschnittenes weißes Oberhemd. Die Ärmel waren bis zu den Ellbogen hochgekrempelt und enthüllten gebräunte Unterarme. Es war Ende September, aber in New Orleans herrschte immer noch eine Höllenhitze und momentan war es auch noch drückend schwül. Wenn sie in ihrem schwarzen Kleid schon fast erstickte, musste er kurz davor stehen, sich das Hemd herunterzureißen. Mit schnellen Schritten trug er die Blumen zu einer alten, mit Lusierna-Moos überwucherten Eiche. Dort befand sich ein kleiner Mülleimer. Er warf die Blumen hinein, fuhr dann herum und verschwand über einen der zahlreichen Wege. Oh Mann, das war ätzend. Aus Mitleid mit dem Kerl setzte sie sich in Bewegung. Vorsichtig löste sie die Hälfte der Stiele aus ihrem Strauß, beugte sich dann vor und steckte den Rest in die Vase vor ihr ins Grab. Dann eilte sie den abgetretenen Weg mit den vereinzelten Grasbüscheln entlang und bog auf den Pfad ein, auf dem sie den Typen hatte verschwinden sehen. Er stand vor einem riesigen Mausoleum, das von zwei wunderschönen, weinenden Engeln bewacht wurde. Sie trat einen Schritt vor und dann glitt ihr Blick zu dem Namen auf dem Mausoleum. De Vincent. Sie riss die Augen auf. Ach du heiliges Lama, stieß sie hervor. Der Mann drehte sich halb um und mit einem Mal stand Rosie nur wenige Meter vor dem Teufel. Jedenfalls nannten die Klatschmagazine ihn so Devil. Der größte Teil ihrer Familie bezeichnete ihn so. Rosie nannte ihn gern den Traumtypen. Jeder in New Orleans und im Staate Louisiana und wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Landesbevölkerung wusste, wer Devlin de Vincent war. Abgesehen von den vielen Fotos von ihm und seiner Verlobten, die ständig im Lifestyle Teil der Zeitschriften erschienen, war er der Älteste der verbliebenen de Vincent-Geschwister, der Erbe eines Vermögens, das Rosie sich genau wie fast der ganze Rest der Welt nicht einmal annähernd vorstellen konnte. Die Welt war wirklich klein. Etwas anderes konnte sie nicht denken, während sie ihn anstarrte. Ihre Freundin Nikki arbeitete für die de Vincents, wenn auch nur vertretungsweise, und hatte etwas mit dem mittleren Bruder laufen. Momentan war die ganze Lage vollkommen verfahren und Gabriel de Vincent stand aktuell auf Rosies Liste der Freunde, die sich dringend zusammenreißen mussten. Aber der Umstand, dass die de Vincents berühmt berüchtigt waren und die On-Off-Beziehung ihrer Freundin zu Gabe waren nicht die einzigen Gründe dafür, dass Rosie besser über sie im Bilde war als so manch anderer. Es lag an ihrem Anwesen, ihrem Land. Der Besitz der de Vincents gehörte zu den mysteriösesten Orten in ganz Louisiana. Angeblich waren die Familie und das Land verflucht. Nach den Recherchen zu urteilen, die Rosie vor Ewigkeiten angestellt hatte, ging alles von dem Land selbst aus. New Orleans war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts von zahlreichen Seuchen heimgesucht worden. Pocken, der spanischen Grippe, Gelbfieber, sogar der Beulenpest. Tausende von Menschen starben und noch viel mehr wurden in Quarantäne gesteckt. Oft ließ man die Toten und die Sterbenden am selben Platz zurück, damit sie zusammen verfaulten. Das Land, auf dem das Anwesen der de Vincents errichtet war, lag auf einer der Flächen, die bekannterweise während vieler dieser Seuchen dazu benutzt worden waren. So viel Krankheit und Tod, gepaart mit Kummer und Hoffnungslosigkeit, mussten zwangsläufig negative Schwingungen hinterlassen haben. Es gab kaum etwas, was Rosie nicht getan hätte, um in dieses Haus zu gelangen und dort Messungen durchzuführen. Sie war noch nie einem de Vincent begegnet. Und ganz bestimmt nicht Devlin de Vincent, aber sie hatte genug Bilder von ihm gesehen, um zu wissen, dass Devlin, nun ja, genau ihre Kragenweite war. Er besaß dieses undefinierbare Etwas, das ihre Hormone aufjaulen ließ wie einen 1967er Impala. Der Mann war groß, gut über 1,80, und hatte breite Schultern und eine schmale Taille. Sein kurzes, dunkles Haar war gut frisiert. Er hatte ein Gesicht, das universell attraktiv war. Hohe, breite Wangenknochen, eine Adlernase und volle, schön geschwungene Lippen. Sein kantiger Kiefer war kräftig und sein Kinn wies ein flaches Grübchen auf. Der Mann sah atemberaubend aus und doch strahlte er etwas Kaltes, beinahe Distanziertes und ein wenig Grausames aus. Für jede andere Frau hätte das seine Anziehungskraft gedämpft, aber für Rosie, das machte ihn nur noch schöner. Oh Gott, in diesem Moment fiel Rosie etwas ein. Wie hatte sie das vergessen können? Sein Vater war kürzlich gestorben. Lawrence DeVincent hatte den gleichen Tod gefunden wie die Mutter der DeVincent-Brüder und Ian. Er hatte sich umgebracht. In diesem Moment brach ihr um seinet Willen um aller Brüder Willen fast das Herz. Sie hatten das nicht nur ein, sondern zweimal erlebt. Guter Gott. Also, äh